ein anderer ja egal ich gehe jetzt erst mal weiter mal gucken was hier so abgeht kisten ist immer gut oder nein dort man das war ich bin jetzt ich habe vor 20 minuten angefangen ich habe den trainingsboss diesen gundi habe ich besiegt das war's bis jetzt sonst noch gar nichts kisten sind nur ein bett in dem geben ich kenne von anderen ist ich kenne es von anderen games dass kisten immer loot bringen oder so ein scheiß bringt das echt gar nichts was hast du hier unten der alber hallo rüda chelalimala Was geht hier so? Kann ich sein? Die große Eidexe ist vor dem Trainingsboss. Hä? Davor habe ich aber noch... Vor dem Trainingsboss habe ich gar keinen Gegner gesehen, wirklich. Gebt mir eure Seelen! Der Typ sieht stark aus. Guck schon mich so an, Digga. Komm doch her. Eins gegen eins. Komm, eins gegen eins. Gott, okay, ich nehme alles zurück, Bruder. Ich nehme gar nichts zurück, du bist scheiße. Wer schießt mich da ab? Wo kommt der Penner her, Alter? Digga, ich werde dich schon. Ich werde dich jetzt ficken. Ich werde dich jetzt auseinandernehmen. Komm mal her, Dund. Auf Selbstmord zu beginnen. So, Brenne in die Hölle. Du musst da an einer Stelle rechts in so einen leicht versteckten Weg. Oh, okay. Aber da kann ich ja immer noch hin später, oder? Irgendeine Art wird hier richtig stark. Oh, es geht, Bruder. Ja, ist okay, Digga. Tschö. Okay. 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 Nein. Nein. Uff. Gib mir deine Seele, Bruder. Bruder Edelstein. Was bringt das? Ist das, was der BG gegeben hat? Durchwirken, um True-De-Waffe herzustellen. Okay, ich denke mal, ich brauche es noch nicht. Gott, du Gehäffel. Wie ist es Geburt? Komm her. Es geht hier ab. Oh, Gott. Okay, du Gehäffel. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, Gott. Es tut mir leid, Digga. Ja, gut. Okay. Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Muss ich jetzt alles neu machen? Ernsthaft? Krudele Waffen sind am Anfang gut. Okay. Wie setze ich die dann ein? Ah, leck mich. Und leck du mich da oben auch. Oh, du Misty-Burt. Ja, aber ich brauche meine Seelen. Also ich muss auf jeden Fall noch dahin. Ich muss meine Seelen holen. Oder sind die ewig da? Die Seelen von mir. Komm her. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Aber. Alter, deine. Sind meine Seelen, die ich jetzt, äh... Bist du noch mal stirbt? Sind meine Seelen jetzt ganz weg, die davor? Ah, leck mich, ernsthaft? Digga, Dark Souls ist so ein ehrenloses Game. Leck mich, Alter. Hier, 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 sterbt jetzt. Für meine Fehler sterbt er jetzt. Du Misty-Burt da oben. Ich höre, ich breche dir die Beine. Alter, meine Seelen sind weg. Dafür töt' ich euch alle, ihr Pissgesichter. So, du Scheiße. Wie viel zieht der ab, Digga? Wie viel zieht der ab? Ist doch krank. So, wie ist denn dieser Pfeil und Bogen? Fick, Fresse. Ah, hier bist du, du Stück Scheiße, Alter. Ah, leck mich doch. Ich hätt' vielleicht doch Krieg nehmen sollen. So, komm her, Dund. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Kann man ihn nur... Was meinst du noch, Lund? Was meinst du noch? Dund? Ah, hier bin ich so... Den Essgrad auf den. Ich muss das rauskommen. Ich muss das rauskommen. Meine Seelen. Wart mal her hier, Doggies. Okay. Ich darf nicht nochmal sterben. Okay. Seelen. Hallo. So. Oh, habt ihr das gesehen, Alter? Mh. Na, hat sie geschmeckt? Hat sie geschmeckt, hä? Hat sie geschmeckt? Hat sie geschmeckt, Alter? Hat sie geschmeckt, Mann. Den ficken wir auch noch. Okay. Also den da oben töten, bevor er sich verwandelt, oder wie? Okay. Hab's gemacht. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Ja, bleib mal da oben. So, Bruder. 60 von dieser Seite nicht öffnen. Weck mich. Muss ich da hoch? Alter, ich muss da oben durch, oder wie? Da wartet ein Monk auf mich. Er folgt mir da die ganze Zeit eigentlich. Okay. Ich hab 700 Seelen. Ich glaube, ich setz die einfach für irgendwas ein, dass ich sie nicht verliere. Zauber einstellen, Worte. Das wollte ich gar nicht. Ach so, ich kann das nur bei der Tussi machen, oder wie? Ecklich. Wieso kommen die immer wieder eigentlich? Wieso sind die alle wieder da? Alter, ganz ehrlich. Bruder, ich... Ah, ich will schon Doppelschwert spielen. Auch wenn's schwer ist. Ich werd, äh... Ich werd Doppelschwert schon durchziehen. Okay, Bruder. Wir werden wieder da. Wir werden wieder da. Okay. Okay. Also den da oben muss ich jetzt... Das sind zwei von denen, die sich verbandeln, oder wie? Okay, Entschuldigung. Komm, Bruder. Wir machen eins gegen eins, Alter. Oh, nicht du. Nicht du, nicht du, nicht du. Nicht du. Nicht du. Nicht du. Nicht du. Was man jetzt? Und sonst, Bruder, alles gut bei dir? Ich steck hier fest! Digga, ehrenloses Game. Nicht alle von denen sind richtige Gegner. Ja, da war ja ein Bogenschütze und drei von denen, die haben gebetet. So. Stirb du erst mal. Alter, ich brech dir die Beine, Digga. Wo ist der? Ach, der ist da unten. Ja, bleib da unten. Ich brauche meine Seelen. Im zweiten Gebiet kriegt man ein Feuer, Edelstein, da kannst du deine Waffe hinfußen und die sägen. Okay. Dann mach ich den aber später, oder wie? Okay. Dann hole ich jetzt einfach meine Seelen und renne ganz schnell wieder weg. Die hole ich auch. Okay. Aua. Mongos. Ich bin weg, Alter, der Typ ist mir viel zu stark. Es geht. Bin ich gerade echt wieder gestorben? Okay. Ich denke, die Aggressionen ... Okay. 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 Okay, kann ich die nicht alle einfach töten? Kurz, ohne dass der sich verwandelt? Ah, Ehre, Digga Okay, Frage beantwortet Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss, ehrlich gesagt Weil da kann ich irgendwie nicht hin Muss ich dir irgendwas mit der machen? Kann ich hier irgendwo hin? Digga Okay Erstmal die Seele hier auf jeden Fall schnappen Soldatenhelm, kann ich den benutzen? Ich kann den nicht benutzen Okay Es gibt eine Sache, die man am besten so früh wie möglich macht Okay, was ist das? Äh Au Okay Stip Skillmäßig und kann länger dauern als Anfänger Okay, ja dann noch nicht Ich zocke eh blind Fehler werde ich sowieso machen, aber egal Wird schon gut gehen So, wie öffne ich diese Tür? Ist mal ungelogen Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wo ich hier weiter muss Oder kann ich hier noch nicht weiter? Ich habe hier alles gekillt, Alter Brenne ich die Tür Ich muss dem Tempel an einer Stelle einen Jump machen, der ein bisschen tricky ist Aber das gibt dir dann den besten Ring im Spiel und einen weiteren Istus Oha Ich wüsste nicht mal, wo der Jump ist Ich glaube, erklären wird da halt auch nichts, ne? Achso, hier geht's da weiter Nein, warte Nee, doch Es geht hier weiter Okay, Leute Betet weiter Alles cool Ihr seid mir egal Ich will nur diese Seele haben Danke Okay Der hier ist ein Jupp Hallo Was lässt du es? Ihr dachtet kurz, ich bin ein Noob, gell? Erst mal Erst mal Klippen Okay, aber die Stelle, wo ich springen muss Die zu finden, wird ein bisschen schwer, oder? Was geht, Bruder? Servus Oh, 100 Rantoppe Okay Ja, das machen wir mal, das machen wir mal, Dirtman Also, wann anders jetzt nicht, aber Wie komme ich da rüber? Ich glaube, wieso ist das hier so kompliziert? Ist das hier eine Leiter, oder so? Eine runter Warte, ich will wissen, was da geht Komm ich irgendwie gar nicht hin Aber ich kann hier hoch Ist das ein Drache? Bin noch gar nicht aufgefallen What the fuck, Digga, wie groß ist der? Zum Glück ist er tot, Alter Halt deine Fresse Okay, oh mein Gott Mogens Komm, diese Brandpop-Mensche Fuck Verdammt Okay, wir werden das durchratschen Oh mein Gott Ist das die letzte Stelle, wo ich gespeichert habe? Kann man in diesem verfickten Spiel speichern? Oh Gott Bin ich denn langgegangen vorhin? Meine Seelen Das war's fürs Erste Bis zum nächsten Mal Tick Däger Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch von Herzen Fickt euch Fickt euch Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere Ich bin Research